You watch me bleed until I can't breathe Shaking falling onto my knees And now that I'm without your kisses I'll be needing stitches Yo was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog Ich muss mich gerade hier ein bisschen schnell fertig machen Weil ich muss jetzt in die Ausbildung Natürlich bin ich spät dran Ich weiß gar nicht wann heute die Bahn fahren Heute ist Sonntag Aber ich gehe jetzt einfach mal zur Bahn Ich muss euch mal kurz einstellen Ich weiß auch überhaupt nicht was wir heute machen Also ich glaube, dass wir heute die Zertifikate bekommen Und dann vielleicht essen gehen oder so Aber das kann auch nicht so sein So Jetzt sehe ich aus wie einst niemand Ihr werdet sehen, ich mache mich jetzt schnell fertig So ein Pisswetter schon wieder, ne? Gar keinem Bock, ey Ich kann hier jetzt mal wenigstens berühren werden Ich bin hier geblieben Hallo Ich finde das wirklich komisch Ist das auch geschmeckt? Ja Ja Das hat geschmeckt Ja Das hat geschmeckt Ja Das hat geschmeckt Ich habe das Video gesehen Hallo Leute Korb Hallo 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 Das ist ungewohnt Hallo 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 Wir haben jetzt eigentlich nur die Zertifikate Oder machen wir noch irgendwas? Ja Das geile ist das gerade zu Haben wir danach noch was? Ja, ihr wollt doch planen wegen Essens? Nein, sie wollten das doch Nein, ihr? Ja, wir haben nichts geplant Dann gehen wir einfach zu McDonalds Nein, wir haben gesagt, dass sie das mit dem Essen klären Ihr Plan war ja noch Gebt mir 10-14 Tage Zeit Und klärt das, wo wir essen Nein, das ist wo Das sollten sie klären Wo wir essen Aber ganz ehrlich, wenn wir zum Mongolen oder so wollen Mongolen Das ist doch riesig Das ist doch riesig Das kann man auch Wir können noch hier zu San Bente gehen Wo? Dieser Burger- und Berupe-Laden Ja, der soll noch vom Service nicht so gut sein, ne? Egal, ist das schon weg Wohin? San Bente In jemand Burgerladen Aber Burger wollen wir schon jetzt zum Mal essen Aber Burger sind geil, du siehst es hübsch aus Du siehst auch hübsch aus Danke schön, du auch Du auch Ich sag dir jetzt eh nur so Hast du recht Ich wollte Wir wollen doch nett sein Hast du schon deine Ergebnisse bekommen? Mach aus Wofür? Mach das aus Nein Nein, noch nicht Müsste aber Ja, zwei bis drei Wochen ist schon rum Müsste jetzt kommen Ja, aber hier, guck mal, warte Guck mal Wir haben grad so eine Mappe Ich kann nicht reden Wir haben grad so eine Mappe in zwei Pfund Guckt mal, Leute Woh Jetzt können wir schreiben, wie hübsch die sind Hau auf und flieg So Wuh Und hier ist der DVD die wir nicht essen dürfen Auf der DVD hinten Auf der DVD hinten sind einmal eure Sachen, die ihr alle gemacht habt Ja Die Bilder aus der Prüfung Bearbeitete Zeig mal deine Das sind bearbeitet Das andere Ja Und die Bilder Oh Soll ich ein Foto von dir machen? Ich kann's vloggen Willst du nicht ein Foto von dir schicken? Bitte schön, schnell Hallo So Fräulein Wolf Fräulein Wolf Wo kommt die Zertifika? Nimm einmal Zertifika Warum zwei? Achso Yay Boah, wie groß die sind Wir machen Fotos Ja, willst du mich eine Foto machen? Hä? Willst du ein Foto machen? Soll ich? So Oh Ja, okay Mhh Dann einfach nach vorne So Ich bin Kamerageil Herzlichen Glückwunsch Mh Nächster Ich muss mal einmal von meinem Schuss aufziehen Du kannst dich vielleicht mit dem setzen Was ist meine Tatsache? Hahahaha 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 Ich hab eine Slyfe Hey, wo gehen wir jetzt hin? Essen Was ist noch? Vögel Jaaaaa I'm the happiest manch on the earth Kennt ihr nicht? Kennt ihr nicht? Was sagst du dazu? Ich hab Hunger Oh, ich hab zu Muskelkatert Ne Ich hab das erste Mal seit 100 Jahren wieder Sport gemacht Ey, was machst du was? Komm mal aus Wir gehen jetzt essen Oder sitzen da Menschen dran Und zwar da Doch da sitzen Menschen Ah Das hab ich irgendwie noch nie gesehen Das gibt doch noch nicht so lange Wie lange? November haben die glaub ich eröffnet Ok Ich weiß, die haben mir öffnet, wo ich brauche es hier Ich verstehe dich nicht, du musst lauter mit mir reden Weiß ich nicht Ich hab keine Ahnung Zehn Zehn Hätte ich jetzt auch gesagt Also zehn auf jeden Fall Zehn Ja, drei fehlen Plus Herr Politakis Neun Hier ist auf jeden Fall genug Platz Hallo Hallo Wir drehen bald Videos Wenn ihr Video-Vorschläge hat statt in die Kommentare Wenn ihr mich wieder sehen wollt Wollt ihr eh nicht Hallo Hallo Ich bin Kamerageil Ich weiß Das sieht voll cool aus, finde ich hier Mir gefällt das Oh mein Gott Nein Das Bild kann ich nicht Zeig Ich bin auch drin Was ist das? Keine Ahnung Das ist aber nicht Dylan O'Brien Natürlich nicht Da sieht man den Penis nicht aus Ich hab minderjährige Zuschauer Ich hörte ja mal früher ein Der hat den Penis da drin Ja Sieht mal Ich such den mal Ich such den Penis Hallo Hier oben Hallo Huhu Hier Smiley Der ist so gut Hallo Na, seid ihr schon wieder amampfen? Wir haben schon alles aufgegessen. Ihr habt schon aufgegessen? Gib mal an die Eintrittskarte. Gib mal an die Karte. Die Menükarte. Ist hier teuer? Die sind auch nicht höher. Das ist eine Eintrittskarte. Meine Eintrittskarte. Das ist doch cool, oder? 7,9 Euro. Wie viele sind sie denn? 9 oder 10? 8. Kommt nicht noch jemand? Ja, wir können aber auch so. Einer kann sich ja dann auch noch... Ja, aber dann kommen wir immer noch nicht auf 11. Wieso 11? Da kommt dann alles noch. Nur noch Beria. Dann sind wir komplett. Kommt Kati nicht? Kommt Kati nicht? Nee. Kati müsste nach Hause. Ja, gut. Okay. So, wir haben jetzt bestellt. Wir haben eine Limonade. Der Bonfi! Das schmeckt besser, oder? Jaaa. Wir haben Burritos. Wir teilen Burritos, weil wir fancy sind. Und guck mal, ich muss euch was zeigen. Guck mal bitte. Annas Gesicht. Oh, das ist so witzig. Oh, jetzt hab ich so geklickt. Hallo, ich muss filmen. Damit ich gefilmt werden kann, wie ich filme. Möchtest du etwas dazu sagen? Nein, lieber nicht. Aber warum? Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Warum möchten sie das tun? Also mein Praktikum sollte erst 2 Monate gehen. Aber sie hat gesagt, weil ich so hoch bin. Man weiß nie, wann man sowas braucht. Ach, wollen sie mich damit erpressen? Guck mal, hier ist er nicht. Ich glaub eher wichtiger. Ja. So, essen, das ist Annas Süßkartoffel-Pommes. So, das teilen wir uns jetzt. Ja. Wenn die noch mal kommt, bestellen wir uns, glaub ich, noch eine Beilage, oder? Ja. Okay. Ja, deswegen sag ich mir bei Ihnen vielfass. So, das ist unser Dessert. Die Burritos haben nicht gerecht. Die waren zwar lecker, aber zu wenig. Und ich glaub, essen wir gleich noch Dessert, ja? Ja. Ist auch so drin, ne? Wir haben noch Platz. Was riecht man an? Zwiebeln? Ich esse immer noch. Da sind noch Zwiebeln drin. Ich hab eine Melonne, ne? Der eine, der eine... Comedian, natürlich. Wie heißt der noch? Melonne, ne? Cayajana. Cayajana. Neno, der macht ja auch so eine. Neon? Match. So, erst mal ein bisschen. Das Pudding, ne? Das weißt du ja, ne? Das Panna Cotta. Er hat Pudding gesagt. Und der Pudding? Ja, ich weiß. Aber es ist heute Panna Cotta. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Brauni. Oh, ich will die Sahne. Hallo, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich bin unendlich vollgefressen. Ich kotze gleich. Ich muss jetzt noch ein bisschen sauber machen. Also, weil eigentlich ist Sonntag ja Putztag. Deswegen muss ich das jetzt trotzdem noch irgendwie schaffen. Gleich kommen noch Laura und Christine. Und ich habe gerade was mega cooles rausgefunden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst. Ich habe es gerade durch Zufall gesehen. Ich habe ja mehrere Instagram-Seiten. Einmal die mit Laura zusammen. Die Low Carb-Seite. Und einmal meine Younesa-Seite. Und einmal meine Make-up-Seite. Und ich hasse das, dass man sich da halt immer so ummelden muss. So komplett ausloggen und so. Und jetzt habe ich gesehen. Moment. Ich zeige es euch. Kann man mehrere Accounts haben. So hier ist jetzt mein Younesa-Account. Dann kann ich hier hoch. Und da sind dann die anderen. Das ist mega cool. Und da geht ihr einfach auf Einstellung. Und dann hier unten auf Account hinzufügen. Das ist richtig gut. Dann seht ihr hier unten immer mit welchem Account ihr eingeloggt seid. Und dann kann man jetzt immer switchen. Und dann kriegt man halt so verschiedene Benachrichtigungen. So hier Make-up bei Vanessa Wolf. Younesa. Und sieht dann halt, wozu das gehört. Und das ist richtig, richtig cool. Das ist jetzt auch so entspannt wie bei Facebook und Twitter. Und das feiere ich ein bisschen sehr. Ja. Und ich bin auf jeden Fall richtig froh, dass wir jetzt die Zertifikate bekommen haben. So jetzt ist es offiziell. Jetzt bin ich Make-up-Artist und Air-Designer. Und das ist echt cool. Ich freue mich voll. Ja. Und jetzt muss ich mich irgendwie aufraffen. Ich bin so, bock ich jetzt, wenn ihr so voll gefressen seid. Und euch einfach absolut nicht mehr bewegen könnt. Ich kann nicht mehr. Aber egal. Ich muss jetzt noch ein bisschen Wäsche waschen, saugen, putzen, dies, das. Naja. Mühe bin ich auch. So, Freunde. Sieht man mich schon? Ja. Hallo. Hallo. Ich bin freundlich. Nein, ist sie nicht. Sie tut nur so. Freundlich. Kann man nochmal? Nein. Geil. So, also Christine und Laura sind jetzt da. Sag mal kurz Hallo Laura. Mit deinem Busch auf dem Kopf. Ich kämpfe gerade. Was machen wir denn jetzt? Pretty Little Liars. Ah. Oder? Ja. Von Dienstag. Ist doch schon mit Untertitel draußen hier. Eine Folge. Oder müssen wir noch eine gucken? Nee. Ja, okay. Da gucken wir Pretty Little Liars. Was sagst du eigentlich zu der Staffel bis jetzt? Weiß nicht. Ich find's halt scheiße, dass das jetzt alles wieder von vorne losgeht. Ja, okay. Ist auch unsere Meinung. Genau wie in Staffel 1. Ist halt ein bisschen dämlich. Sehen wir auch so. Ich find's ein bisschen schade, dass Kayla nicht mehr mit Hannah zusammen ist und Tobi nicht mehr mit Spencer. Ja. Irgendwie fehlt mir da was. Ich teile deine Meinung. Ich? Ja. Wir gucken jetzt Wolf Creek. Ein Horrorfilm oder so. Ich habe Angst. Ich nicht. Diese Emotionen. Oh, oh. Ich war wieder bei meinem Finger. Kann ich? Ja. So. Christine und Laura sind jetzt gegangen. Oh, ich krieg das Streichhaut nicht auf. Ja. Ähm. Der Film war irgendwie richtig sinnlos. Richtig blöd. Hätte nicht sein müssen. Ähm. Es ist auch schon relativ spät jetzt. Deswegen werde ich jetzt schlafen gehen. Oh, ich muss aber noch meine Wäsche aufhängen. Dies tue ich erst noch und dann gehe ich schlafen. So. So. Was ist denn hier eigentlich los? Sagt mal. So. So. Also dann Leute. Wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder in einem neuen Vlog. Und das ist übrigens cool, dass ich das so durchziehe mit jeden Tag vloggen. Wenn ihr das auch cool findet, könnt ihr mir das sagen. Wenn nicht. Könnt ihr mir das auch sagen. Also dann. Bis morgen. Schlaft gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.